Hi und willkommen auf Dirigau, gepflegte Freund des Modellenfußballs. Breaking News, laut Transfermarktinformationen und Le Kieb steht Rüther von Hoffenheim, der 20-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Leeds United. Le Kieb schreibt aktuell, dass die Ablöse im Bereich zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen soll. Rüther wird jetzt bald schon in Leeds erwartet. Dort soll er den obligatorischen Medizincheck absolvieren und den Vertrag dann unterschreiben. Wahrscheinlich wird es eine Länge zwischen 5, vielleicht auch 6 Jahre sein. Also für Rüther freut mich das auf jeden Fall. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich ihn den Transfer natürlich gönne, aber ich hätte an seiner Stelle wahrscheinlich noch ein bisschen länger in der Bundesliga gekriegt, denn in Hoffenheim passt er eben auch besser oder am besten aktuell rein. Er ist ein sehr talentierter Fußballer. Ich glaube, da muss man auch nicht so ein bisschen diskutieren. Das Problem ist in dieser Saison seine Abschlussschwäche. Ich verfolge sehr viele Hoffenheim-Spiele und man sieht auf jeden Fall, dass Rüther in der letzten Saison nochmals einen großen Schwung gemacht hat. Aktuell stagniert er so ein bisschen, aber von der Stagnation kann man auch nicht sprechen. Er ist immer noch sehr jung. Er kommt aus der Start-Rennen-Jugend. Die steht halt eben auch für Qualität. Da entstammt aus der Jugend ja auch ein Ousman, den Belé, ein Eduardo Camavinga oder ein Tell, den Bayern ja im Sommer verpflichtet hat. Also Start-Rennen ist eine sehr, sehr gute Adresse, auch für zukünftige Transfers. Also bei Start-Rennen sollte man auf jeden Fall immer und immer wieder vorbeischauen. Auch vor seinem Wechsel zu Hoffenheim war Rüther lange Zeit beim BVB als Kandidat genannt. Und es gab auch hier und da ab und zu mal Gerüchte, dass er auch kurz vor dem Wechsel stand. Letzten Endes hat er sich eben für Hoffenheim entschieden. Und für Hoffenheim freut mich das auch sehr. Wir werden jetzt viel Geld auch einnehmen, ob sie jetzt auch einen guten Ersatz verpflichten. Es war mir auch so ein bisschen komisch, dass sie auch Dolberg ausgeliehen haben, weil offensiv sind sie eigentlich sehr gut bestückt, die Hoffenheimer. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Transfer und ich bin weiterhin der Meinung, dass Rüther sehr gut zu Leeds United passt. Also es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, gerade seine Explosivität, seine Geschwindigkeit, seine bisschen auch diese Unbekümmertheit, in die Zweikämpfe zu gehen, ist auf jeden Fall positiv. Aber ja, das war es auch mit diesem Video. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unter den Kommentaren schreiben, wie möchte ich fleißig mit euch diskutieren. Wenn ihr neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Diriakos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.